Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer redet denn so? Na, ich. Das kommt an. Im Ofen ist ein Zwerg. Denk doch mal nach. Unsere Eier sind da, wo seine Augen sind. Tu das nicht, Mann. Du bist viel zu fett. Halt deine Klappe. Ich bin Thomas Kapp. Ich hab heute Geburtstag. Also, komm vorbei, Mann. Das steigt in der Dickens Street. Das ist eure Party? Ihr schmeißt die? Da wollte ich heute Abend hin. Soll voll krass werden. Cool. Dann sehen wir uns ja nachher. Was? Kümmern Sie sich ums Kassieren. Das sind viel mehr als 100 Leute. Na klar, ist immer plus Begleitung. Wird sich was ausmachen von der Karre von meinem Dad runterzugehen? Der rastet aus, wenn was passiert. Ich wurde gerade schon wieder angerufen. Ich bin mir sicher, die Nachbarn übertreiben. Es wird Zeit, Schluss zu machen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Die Party rockt. Entweder jetzt ist Schluss oder ich ruf die Polizei... Ach, du Scheiße! Jetzt ruf ich deinetwegen die Bullen, du Arsch! Mach doch, Klugscheißer! Das ist alles auf Band! Fährst nur drauf, wie sie dem Jungen ins Gesicht schlagen. Was suchst denn du da? Kondome. Ich arbeite da unten anders. Du arbeitest größtens an der Diabetes, du fettes... Wir haben den ganzen Tag zum Aufräumen, das geht schon klar. Was ist damit? Was, wenn meine Eltern das sehen? Kein Schwein wird den Scheiß sehen, bloß hier, ich verspreche es dir. So war ja diese Highschool-Party in Pasadena. Haben Sie die Bilder gesehen? Was ist das, wenn meine Eltern das sehen?